Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen das Game Code 51, Mecha Arena heißt das. Ja, wie ihr hier sehen, zocken wir mit MechWarrior. Ja, was mich tierisch an dem Game stört, ich habe die ganze Zeit einen Kreis, sogar bei mir, wenn ich spiele, jetzt hier gerade nicht. Aber im Spiel habe ich die ganze Zeit hier so einen Kreis, den werdet ihr auch leider sehen. Es gibt keine Möglichkeit, das momentan anders zu zeigen. Aber ich möchte euch das Spiel hier trotzdem vorstellen. Es hat ein paar gute Seiten unten und einige schlechte. Also, das werdet ihr aber auch gleich sehen. Das ist jetzt so eine Practice-Runde gegen Bots und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Viel Spaß! Ja, alleine die Controller... Warum kann ich hier nicht den Touch-Controller benutzen? Vernünftig. Wenn ich den Touch-Controller benutze, kann ich mich nicht bewegen. Ihr seht, ähm... Ihr seht den Kreis jetzt wahrscheinlich auch. Ich hoffe, das kann man irgendwann nochmal deaktivieren. Aber wir können so ein bisschen fliegen, da vorne. Eigentlich ganz cool, aber wäre geiler, wenn ich einen Touch-Controller wirklich die Arme extra bewegen könnte. Aber vielleicht kommt das noch alles. Eigentlich brauchen wir ja für Feuer so einen richtigen MechWarrior-Shooter. Wo sind denn jetzt hier die Gegner? Ja, da geht's doch schon los hier. Und wir kriegen sich zwei. Ich hab hier auch so ein Schild, wie ihr seht. Dass für kurze Zeit dann aktiv ist. Oh, wo ist jetzt der andere? Ah, der will entkommen. Den holen wir uns aber jetzt. Oh. Oh. Ich muss mal aufpassen, dass ich den Zinsberg hier im Rücken fallen. Mit der LB-Taste kann man so ein bisschen ganz schnell nach vorne jumpen. Ja, die haben das ja tierisch auf Komfort gemacht. Diesen Rand da, aber für mich ist das kein Komfort. Das ist genau das Gegenteil. Also größtes Manko bei dem Spiel jetzt momentan. Und ich würde gerne trotzdem meine Touch-Controller vernünftig benutzen können. Warum bin ich jetzt schon? Wow. Ich muss mal unser Schild aktivieren. Killing Spray. Das war natürlich gerade blöd. Ich bin gesprungen und hab dann da gar nichts mehr gesehen. Na gut, ist auch klar. Weil das Cockpit zu groß ist. Die Bots, äh, die agieren jetzt nicht gerade wirklich klug. Ich weiß auch nicht, ob man nachher hier seinen McWarrior upgraden kann. Äh, wenn man dann irgendwie Multiplayer zockt. Da war doch gerade hier einer, oder? Ich kann mal Raketenantrieb mal ein bisschen testen. Die auf X habe ich jetzt auch noch einen Angriff, sehe ich gerade. Das probiere ich gleich mal aus. Ach, das ist ja. Okay, ich bin jetzt immer LB, aber es geht auch auf X, okay. Das brüste ich jetzt nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich muss noch die Faust nehmen. Ich denke mal, da bekommt man ein bisschen mehr, äh, Krass. Ich weiß nicht, ist mein Bot hier so ein bisschen OP? Kann natürlich sein, ne? Weil irgendwie haben die ja gar keine Chance, die anderen. Okay, solange ich mein Schutzschild habe, kann da echt nichts passieren. Scheinbar. Kann nichts anbrennen. Ja, ich weiß nicht. Was ist denn hier los, Leute? Strengt euch an! Sollen wir auch noch was übrig lassen? Geht doch nicht. Komm, wir schnappen uns mal hier die Faustgottes. Er hat sich von hinten angeschlichen. Jetzt versuchen sie es anders. Holy shit! L.A.N.S. 11 zu 0! So, wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man das ganze Cockpit die ganze Zeit sieht. Stört natürlich, aber wenn das jeder hat, ist es ja egal. Wow! Komm Konfetti runter. Wir brauchen uns mal einen Multiplayer Wagen. Ich weiß nicht, wie schnell man da Gegner findet, aber probieren wir einfach mal. Ist bei Feuer ja immer schlecht. Okay. Los geht's. Unser erster Multiplayer Kampf. Geht das wieder in Rotter? Oh! 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 Jetzt kommt der Frau Dauna dazu. Oh! 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 Boah, der hat mich weggeballert. Der hat auch scheinbar schon irgendwie ein dickere Wummen dran. Ja, der hat irgendwelche Plasma-Dinger dran oder so. Boah, eigentlich schade, dass man jetzt nur einen. Ja, jetzt habe ich ihn auch mal gekriegt. Go Tupac, go Tupac. Boah, jetzt hat der Computer üblich gebraucht. Boah, das hat jetzt hier extra Waffen hier. Boah. Nicht schlecht. Wir sind hier nur ein kleiner Fisch, sehe ich gerade. Boah, ist klar. So, jetzt müssen wir uns schnell irgendwie wieder heilen. Sonst sind wir gleich ganz schnell weg. Ja, jetzt war klar. Wir haben aber keine Reparaturschlüssel da gefunden. Ich habe mir noch keine Chance. Irgendwie. Irgendwie. Wir haben jetzt ganz andere Bummen. Und wir haben hier nur diese... Ja, das ist doch unfair. Da kann man ja sagen, wenn man da will, der war OP. Der war doch viel besser, der Mech. Hat er jetzt nur die Waffen geändert oder hat er auch irgendwas freigeschaltet für seinen Mech? Oder Mech? Okay Leute, das war Code 51, Mechka Arena. Ja, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Ja, das Spiel hat Forts- und Nachteile für das Spiel. Also, ja, Nachteil, ich kann den Dings nicht benutzen, den Touchcontroller. Also, das funktioniert nicht so wirklich. Ähm, ja, dieser Kreis, Anti-Motion-Sickness-Kreis, den man da immer sieht, äh, der stört auch tierisch. Ansonsten kann es eventuell ein bisschen Spaß machen. Also, wenn man in einer kleinen Gruppe ist, glaube ich, macht es mit Sicherheit Spaß. Ich weiß nicht, äh, ich hab jetzt noch nicht wirklich rausgefunden, ob man da irgendwelche Upgrades kaufen kann für seinen Mech. Aber, äh, vielleicht kommt das ja auch noch. Auf jeden Fall, der Gegner gerade, der hatte ja viel, meiner Meinung nach, viel bessere Waffen als ich. Ich hatte nur dieses komische Maschinengewehr. Der hatte aber Plasma und irgendwie Raketen dran. Von daher war der meiner Meinung nach so ein bisschen im Vorteil. Aber ich kann mich auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht. Ja, auf jeden Fall, das war Code 51. Wenn euch das Video gefallen hat, haut ein Like raus, ein Abo wäre nice und ich würde sagen, bis dann, ciao.